Es regt zur Selbstreflexion an und das finde ich daran am besten. Mein Name ist Johanna, ich bin Agile Coach bei Idealo und ich habe mir das Buch The Culture Map von Aaron Meyer ausgesucht. In dem Buch stellt Aaron Meyer ein Framework vor, das es einfacher für uns macht, Kulturen visuell einzuordnen. Das ist besser für uns, wenn wir in multikulturellen Kontexten arbeiten, damit wir uns selbst und andere Menschen um uns herum gut verstehen können. Die Firmen werden immer internationaler und es gibt immer mehr Kollaboration zwischen multikulturellen Teams. Das führt zu mehr Diversität und somit auch automatisch oft zu mehr Missverständnissen. Mir ist es daher sehr wichtig, dass die Zusammenarbeit auch auf der Kommunikationsebene sehr gut funktioniert. Ein Main Takeaway aus dem Buch ist, dass es eigentlich nicht nur um Kulturen geht, sondern um jeden einzelnen Menschen von uns. Es hilft uns, uns selbst gut zu verstehen und somit auch, wie wir mit anderen Menschen kommunizieren. Lesen bedeutet für mich in erster Linie Ruhe, Gelassenheit und Entspanntheit. Wenn ich dabei auch noch Wissen aufnehmen kann, dann ist es für mich eine Win-Win-Situation. Lies mit uns!